Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU ab. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA käme die AfD auf 32 Prozent, die CDU dicht dahinter auf 29 Prozent. Drittstärkste Kraft wäre das Bündnis Sarah Wagenknecht mit 15 Prozent. SPD, Grüne und Linke erhielten jeweils 5 Prozent der Stimmen. Für die FDP würde es mit 2 Prozent nicht für den Einzug in den Landtag reichen. Für die FDP würde es mit 2 Prozent nicht für den Einzug in den Landtag reichen.